wir hatten damals auch nie viel gemacht mehr als kohle dunkel gleich jetzt habe ich natürlich die nicht mitbekommen egal holz gesammelt wie viele waren es jetzt ich glaube ja das ist eine blume im bett geil hier ist eine blume die kiste alter gelegt da macht doch schon ist das schon du bist behindert ich habe sie außerdem getroffen war keine absicht ich bin behindert das war keine absicht durch wenn die mir mit einmal im weg ist weiß dass wir mit der machen können was mit der die kannst du ins spinnnetz rein die ganzen spinn sind nach alle tod da musste die blume wieder kaputt machen das habe ich mit abigail gemacht und tötest du wieder damit sie auf die darfst jetzt natürlich nicht pläsen die macht uns alles voll und dann können wir alles töten okay aber ich habe hatte kurz wir können gleich wo die mal hier rein ganz auch kochen aber ist halt so geil dafür muss man ein paar sachen wieder weglegen naja die lasse jetzt die sind jetzt nicht so schlimm und der kiste macht das auch falsch ich weiß gar nicht wo waren das ist drin wirst du denn nix schon gut von mir aus können wir ich place mal eben den hier noch gibt gar gummi so voll eins gegessen sofort voll ich hau mir mal eben noch das hier rein jetzt bin ich auch komplett voll das nass von hier ist ja dann werde ich den angreifen aber erst wenn wir wieder losrennen geben wir die ganze zeit gar nichts wo rennst du kommen da unten wir gehen unten nicht dass das nass von auf der link auf der linken seite ja das ist unten sogar da müssen wir von anderen seite ist ja komplett einmal rum komplett einmal rum ist ganz schwer guck mal die merken schon wenn wir kommen ich schau da kommt noch nass von ja ich kann nicht drauf wenn du da in der nähe bist fett 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 oder ein ewg ist tot scheiß ich brauch die blume wollte pp aber wie viel leben hast du noch 103 machen nicht so viel schaden füge den schaden zu ich habe ich habe ich habe wen hast du ich habe zwei zweimal von den zahnrädern ich habe ich habe und ich bin tot und er hat mich ihm voll erwischt sagen wir mal bitte meine sachen mit aufteuern wir müssen noch ein naso näher marsch dein geist die haben sich die haben sich ihm selbst gerammt die beiden ich kann einen rucksack nicht aufnehmen aber du hast die rucksäcke ganz geil wo ist jetzt meiner ich glaube du hast den abgelegt eben warum mein schmeißt du da hin und dann nimmst du mit oder wie nein in beiden sachen nix nix mehr drin alter kannst du mal bitte weggehen mein ganzes essen ist weg bei mir war nur einmal essen dabei vier stück von einer sorte bei mir ist das ganze ist mein rucksack ist weg kann aber nicht geh erstmal weg das verschwindet ja nicht ich muss das mal suchen gehen ich muss das mal auf suche gehen meine scheiße nach lag da eben auch so einer noch um oder was ja ja hier sind zwei rucksäcke noch okay dann das ganz oben wieso lag denn einer da oben ja weil da oben auch noch einer lag ich tue mal meinen hier entworpen ich tue mal den deinen noch wieder es ist behindert warum bin ich jetzt tot weil dich der fettsack gerammt hat ja ich kam noch nicht weg weil das nest im weg war das bienenest ich habe ganz schön lange überlebt ich gehe jetzt mal einen kühlschrank bauen ja mach das da kommt der nächste nashorn sagen wir mal so das war es wert ja nicht dass es wert heißt und die uns jetzt alles weg haben hier aber wo kam der mit einem her der zweite hier sind vier nashorn auf einem fleck okay warum haben wir so ein pech warum haben wir so ein pech weiß ich nicht warum wir so ein pech haben ja genau komm nach uns nach hause jetzt sind sie bei uns zu hause alle beide die haben uns gerade alles kaputt hier okay die haben alles kaputt ja entweder mach ich jetzt yolo yolo heißt ja dass du stirbst passieren die haben uns zwei kochtöpfe zerrissen okay ja so schlimm ist das nun auch nicht na sicher das ist weil die dir hinterher gekommen sind noch ich glaube du musst erstmal so weit weg rennen wie es nur geht dass die dann wieder zurück gehen aber bei dem anderen ja auch den einen habe ich bis oben hin gescheucht und der hat immer noch akku gezogen hier sind blumen ne egal aber ganz schön viele da sind wir schon long gelaufen ha sie brennen ja der eine hat den anderen gerammt der eine ist tot das ist doch gut hauptsache einer ist das mal tot ja der eine ist voll akku ey komm her ich glaube das ist aber auch immer noch der andere der ganz schön akku ist ne ne der läuft die ganze Zeit rum bringt das nicht wenn du du musst ja feuer jetzt machen ne oder hast du facke bei dir naja ich hab facke bei mir ich muss hier erstmal stehen bleiben weil sonst sehe ich hier nix Alter komm mal her Fettsack achja wow was denn er hat mich einmal getroffen ok bin wieder voll mit allem das problem ist ich hab nicht mal so viel leben gehabt deswegen hat er geschafft mich zu killen ja der hat es geschafft sowieso allgemein hier runter zu kriegen 20 oder 30 macht er sogar ja hätte ich noch genug gehabt wäre da nix passiert ach komm ey ehrlich weißt du was was denn ach ich hab Schaden an dem ja aber das siehst du nicht man macht Schaden an denen man hat das bei den Illsen ja auch nicht gesehen komm geh einfach sterben ganz ehrlich ja e